Weil, hä, wo war denn da? Ach doch, da ist die Mine. Ja, wie soll ich da denn rüberkommen, Bro? Warte. So, und jetzt? Oh, das... Oh. What? Moin Leute, hoffen wir mal, dass heute Happy Wheels nicht abstürzt, denn beim letzten Mal war das schon ziemlich, ziemlich nervig, aber egal. Neue Runde, neues Glück, Paluten Mini von Hydropey MC. Damit beginnen wir einfach mal. Hi, Palle, das ist mein erstes Level und ich hoffe, du hast Spaß. Tipp, am Anfang kannst du nicht nach links. Okay, aber später kann ich nach links, oder? Okay. Das ist so eine Drachenschrift, so sieht es zumindest ein bisschen aus. Okay, Harpune. Warte mal, kann ich doch einfach, warte mal, so nemalen. Nein, oh. Ja, cool. Keine Ahnung, wie ich das gemacht hab. Okay, warte mal, was passiert denn, wenn ich nach links fahr? Achso, das ist so ne unsichtbare Mauer. Achso. Oder vielleicht mit ein bisschen Schwung? Hier. Okay, okay, das ist ne unsichtbare Mauer. Wir geben auf, haben ja den Victory eh gesnackt. Paluten Meteor Action von Superhund. Superhund. Hey, Palle und andere, dies ist mein achtes Level und ich komme immer noch nicht wirklich mit dem Editor klar, aber egal. Das ist ein kleines Meteor-Level. Am Anfang überschätzt du dich. Okay. Wow. Alter, okay. Wo, wo ist denn der Meteor? Ich, ich seh bis da, du, keinen. Okay, man, man sieht auch Standard, äh, Farben von Happy Wheels. Ah, no, gut. Wir wollen das Level ja nicht vorverurteilen. Okay, wo ist denn der Meteor? Okay. Los geht's. Jetzt wird's hier ein bisschen, man kommt mal ein bisschen Schwung hier rein. Also dieses Level ist irgendwie, irgendwie, oh. Oh, ja. Ja, ja, wohl, eh, perfekt. Der Meteor konnte uns mal, auf gut Deutsch gesagt, kreuzweise. Weil wir einfach, wir sind einfach zu sehr Ninja. Wir sind Ninja, der allerdings, äh, nicht mit Wurfsternen um sich wirft, sondern der auf so einem Träger fährt. Und da ist der Victory. Tip top. Also spektakulär ist was anderes, aber der Victory war da, um Gottes Willen. Paluten machbar? Von Domschke. Hey, Palle, das ist mein zweites Machbar-Level für dich. Es ist zu schaffen, links-rechts-Taktik nicht erlaubt. Äh, ansonsten viel Spaß und Hulu. PS, schau dir das Replay von mir an, falls du es nicht schaffst. Ah, da kriegen wir noch easy hin. Ja, ich bitte dich. Ich bitte dich. Okay. Na, verdammt. Warte mal, muss ich irgendwie nach, nein, nach hinten geht, ist es auch schlecht. Verdammt, man splasht jedes Mal. Hä? Vielleicht ganz langsam. Ganz langsam. Ah, okay. Okay, ihr, ihr könnt mal ganz schnell, schnell fahren, um den Rücken zu brechen. Okay, warte mal. Ihr, hä, wie, wie komm ich denn jetzt hier längs? Äh, oh. Das ist aber, nein! Oh, viel Leben. Ich nehm das einfach als Victory. Lieber Domschke, jetzt mal ehrlich, da drei Harpunen am Ende hinzupacken, das ist aber nicht die feine englische Art und da hast du auf jeden Fall mehr drauf, was das Leveltechnische betrifft. Weil das ist irgendwie immer so, die Leute bauen ganz nette Level und dann hauen sie am Ende einfach ganz viele Harpunen rein, damit das Level möglichst korrupt ist. Was ist doch los mit euch? So, Paluten Leadball von Tomaten. Ach, ne, Tomatensaft. Ne, Tomatensalat. Hey, Paddel. Ähm, das ist unser zweites Leadball-Level. Hat, äh, halt dich gut fest und versuch, einen Korb zu werfen. Okay, das hört sich cool an. Da freu ich mich. Oh, okay, falscher Char. Hm, ich schätze mal vielleicht der Segway-Typ. Jawohl. So, Z und festhalten. Oh, yeah. Zack. Leadball ist immer echt ziemlich nice. Und das Level ist auch cool gestaltet. Oh, oh. Okay, warte mal. Das möchte ich ganz kurz nochmal neu probieren. Da würde ich ja schon ganz gern so einen feschen Korb werfen. So. Elegant hier rüber. Bisschen runter. Oh, nein. Da reißen ihm einfach. Wieso ist das denn eben nicht passiert? Warte mal, hier wieder. Elegant. Oh, Haltungsnote 1,0. So, komm. Und jetzt. Nein, zu langsam. Nicht mal den Victory haben wir uns jetzt geholt. Oh, mit einer Hand. Das ist natürlich, das ist natürlich ganz gefährlich. Oh, bitte nicht brechen. Bitte nicht brechen. Komm, komm, komm. Nein. Okay, ein Try noch. Das ist relativ schwer. Man braucht da die perfekte Flugkurve. So. Oh, guck mal. Fast noch einmal komplett gedreht hier. So, jetzt aber. Zack. Und. Ja, okay. Einigen wir uns doch letztlich da drauf, dass es ein geiles Level war. Aber das hat wirklich Spaß gemacht. Tomatensalat. Du bist nicht nur ein leckerer Salat, sondern auch hast ein leckeres Level gebaut. So, Paluten Labor von Itope HDI. Okay. Hi Palle, ich hoffe dir gefällt. Was? Hi Palle, ich hoffe es gefällt dir. Rückmeldung, würde mich freuen. Dein Tope HD oder T-O-B HD. Keine Ahnung. Hi Palle, dies ist ein missglücktes Labor. Finde den Weg raus und behalt den Kopf bei dir. Okay. Klingt, klingt einfach. Okay, den Ball müssen wir erstmal ein bisschen vorschieben, damit er hier die ganzen Sachen raushaut. Also die ganzen Sachen entschärft. Ja, genau. Vorsichtig. Oh. Ach man ey, heute ist nicht, obwohl ich wirklich kann sagen, heute ist nicht mein Tag. Heute ist im Real Life nicht mein Tag. Aber, das muss euch ja nicht interessieren. Es ist momentan einfach so stressig. Und ich bin echt über jeden, über jede Person mehr als verdammt dankbar, die da Support zeigt und mal ein Auge zudrückt, falls alles nicht so komplett rund läuft. Danke da auf jeden Fall an euch. So. Zack, rüber hier. Warte mal, ich muss vielleicht super langsam fahren. Genau, halte ich komplett unten, Bro. Genau. So. Und jetzt nochmal ganz, ganz langsam, damit er sich schon mal positioniert. Genau. So ist gut. Mach es, Junge. Mach es. Ja, ja. Alles gut, Bro. Alles gut. Perfekt. So, was ist hier jetzt los? Okay, die können mir keinen Schaden zufügen. Was muss ich jetzt hier machen? Das ist einfach nur so ein bisschen drücken. Okay. Hör. Drücken. Und ebenfalls drücken. Und dann haben wir doch den Weg aus dem Labor gefunden. Und der Victory. Paluten K-Star Nummer 2 von Ich bin geil. Yo, der zweite Teil. viel Spaß, Palle. Mein vorletztes Level bevor drei Wochen keine Level mehr von mir kommen. Urlaub. Jo, den muss man sich ja natürlich auch mal gönnen. So ein bisschen Urlaub. Oh, wieder dieses Kies da. Oh, das haben wir das letzte Mal schon mehr als... Was war denn da unten gerade los? Und das ist auch gerade ein mega lauter Last... Oh, oh. Lastwagen bei mir vorm Fenster rumgefahren. So. Ja. Okay, machen wir einfach vielleicht ein... Oh Gott. Ich wollte schon gerade sagen, das ist ja wieder hier mega knapp alles. Guck mal, der Arme. Der sitzt da nur an seinem Laptop. Und er würde einfach komplett weggesprengt. Das ist echt nicht so die feine englische Art. So, warte. Oh, das war so knapp. Warte. Man müsste direkt da relativ nah dran. Oh, oh. Komm, 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 komm. Warte mal nochmal. Ja, ich will hier oben nicht rauf. Ich möchte hier gerne einen ordentlichen Sprung landen. Ich habe gesagt, ordentlichen Sprung landen. Jetzt, 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 jetzt. Zack. Das kann was werden und das ist auch was. Oh, Mann. Ich war, ich bin... Okay, so, nochmal. Ich will Timmy gar nicht töten. Ich möchte eigentlich nur den Weg hier freimachen. Zack. Warte, jetzt aber. Pam. Jawohl. So, bitte. Nicht abspringen. Kein gar nichts. Perfekt. So muss das sein. Oh Gott. Ich dachte kurzzeitig das Ding... What? Ey, ich bin geil. Ich finde deine Level wirklich richtig gut. Aber die sind echt fricking schwer, ey. Das ist echt. Das, weil ich finde das Level-Design, oh Gott, und alles richtig cool, aber es ist immer, oh oh, immer einen Ticken zu schwer. ja. Weil, ey, wo war denn da? Ach doch, da ist die Mine. Ja, wie soll ich da denn rüberkommen, Bro? Warte. So, und jetzt? Oh, war das... Oh. What? Hä, war da noch eine Mine? Die habe ich aber in 27.000 Jahren nicht gesehen. So, warte mal. hier, komm, Snagit. Und hoch hier. So. Nein, er war doch so knapp. Das war... Jawohl. So, komm. Jetzt muss ich mir das Ganze aber tatsächlich noch mal angucken. So, warte mal. Da ist die erste Mine. Und da ist noch eine zweite? Oh, da ist tatsächlich noch eine zweite. Die habe ich überhaupt nicht gesehen. So, warte mal. Elegant über die erste. und... Oh Gott. Und elegant über die zweite. Ja, ist da noch eine? Nee. Jetzt komm. Aktiviert. Und jetzt? Wo muss ich denn längs? Kann ich hier hoch? Nee, ich kann auch nicht hier hoch. Hä? Wo geht es denn weiter? Aktiviert. Muss ich jetzt wieder zurück? Das wäre ganz... Oh, oh. Oh, oh. Interessant. Zu wissen. Ah, hier geht es jetzt längs. Okay, okay, okay. Das ist aber auch hier wieder Knobeln ohne Ende. Komm, jetzt gib mir einfach den friggen Victory. Give it to me. Oh, da oben. Oh, nein, 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 nein. What? Du hättest links gehen müssen nach dem zweiten Key? Lieber, ich bin geil. Ich glaube, wir haben dein Level weit genug gespielt, aber was soll denn sowas? Ich bin doch kein Hellseher. Noch nicht. Aber ich trainiere. Kennt jemand Starship Troopers? Da ist Barney von How I Met Your Mother, der spielt da so einen Starship Trooper, beziehungsweise nicht so einen Trooper, sondern er ist so ein Mind Controller und er kann so in die, in die Gedankenwelt dieser Bugs eintauchen. Ich würde mal sagen, wir widmen uns den nächsten Level, aber ich bin geil. Ich fand das gut, aber den Schwierigkeitsgrad einen Ticken runter machen, sodass wir auch nicht eine komplette Folge im Grunde genommen fast dafür brauchen, das Level da zu kompletieren. So, Paluten Jetfall. Aber ich finde es gut, ey Leute, ich will mich hier echt nicht beschweren. Von Cookie Boss. Hi Palle, das ist mein erstes Level, bitte sei nicht so streng, aber hab Spaß. Oh, dann kriegen wir hin. Okay, Z drücken. Sieht ja momentan, oh Gott, da oben noch ganz einfach aus. Bitte? Bitte Jet? Oh, oh. Ich hab keine Ärmchen mehr. Nein! Komm, befreie dich. So haben wir aber nicht gewettet. Komm, jetzt aber. Okay. Shake your body like a belly dancer. Hey, yeah, drop it down. Komm schon. Du musst wirklich wie ein belly dance. Nein. Shake your booty. Nein, er wird immer weiter zu den... Nein! Und da erwischt mich das Ding. Wir müssen im Grunde... Okay, das war irgendwie kein so guter Try. Wir dürfen nicht so viel Fläche preisgeben. Nicht so viel Fläche. Lebst du? Nee. Ich hab doch gesagt, nicht so viel Fläche. Guck mal jetzt. Oh, nein, 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 nach vorne. Ach, verdammt! Jedes Mal, wenn uns eine erwischt, dann ist aber sowas von Ende Gelände. So, komm schon. Genau, du musst noch ein bisschen zabbeln. Zabbeln? Oh, oh. Nicht wieder in die Richtung. Nein! Ach, Mann. Das ist doch pures Glück, was man hier braucht. Ich mein, unser... Oh, komm schon. Kämpf dich. Ich weiß, es tut weh. Aber du musst... Jawohl! Nein! Nicht wieder in die Richtung. Hier sind doch... Hier ist doch alles wieder voller Dinger. Jawohl. Komm. Nein! Oh, verdammt! Okay, last try. Das ist ja einfach nur ein super nerviges Level. Okay, jetzt der last try. Ja, gut. Da haben sechs Votes haben das Level so gut bewertet, die haben wahrscheinlich einen First Rider so lecker lustig hinbekommen. Paluten Jet von Mason. Ist mein erstes Level. Ich hoffe aber trotzdem, dass es dir Spaß macht. Okidoki. Okay, wie der Name schon sagt, es sind schon wieder so ein paar Jets, ey. Ich hasse euch. Aber ich werde euch trotzdem schnacken. Okay, da habe ich die... Ausnahmsweise sehe ich mal die Mine. Deswegen fliegt Pidizzle. Oh, nein! Deswegen fliegt Pidizzle mal schön um. Ja, komm schon. What? So, komm. Push it. Push it. Jawohl. Zack, oben. Nein! Okay, okay. Und wieder durch hier. Den, 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 Und das ist der Victory. Oh, yeah. So, Paluten. Indiana Pidizzle, denke ich mal, von Zockprofi.tv. Hey, Paluten, das hier ist dein Indiana Jones Level, aber du bist nicht Indiana Jones, sondern Indiana Pidizzle. Ich habe das Level schon zweimal eingereicht, aber beim ersten Mal war Level Stopp und beim zweiten Mal war Level Reset. Bitte bewerte in Schulnoten. Okidoki, Zockprofi. Oh, Achtung, Wrecking Ball. Okay. Hä? Was war denn da los? Ist das eine Mine? Das muss mir aber jemand hier nochmal erklären. Ah, warte mal, hier muss ich jetzt drauf. Und Abschuss. Zack. Toll, jetzt werden wir wieder zurück katapultiert. Warte, wir müssen schon mal mit ein bisschen, mit ein bisschen Schwung. Zack. Okay, wir halten uns noch fest. Wir sind noch im Game. Z drücken. Reinfallen. Komm. Abschuss. Abschuss. Und da ist er. Der Victory. Palutenholz von Apple Fresh. Wir werden heute mal ein bisschen länger machen, weil die gestrige Folge ja ein bisschen kürzer war. Hey, Palle, mein drittes Level. Ich hoffe, du hast Spaß. PS. Soll ich mehr machen? Übrigens, Zockprofi.tv. Ich würde hier eine 3+. Weil das war mal mit Indiana Jones. Indiana Jones Level sind nicht so einfach. Und jetzt gucken wir, was Apple Fresh hier am Stüssel hat. Okay. Nimm bitte den Fahrradfahrer oder den Motorradtypen. Wir nehmen mal lieber den Fahrradfahrer, weil der Motorradtyp, ey, der ist so schwerfällig. Okay. Dann müssen wir ein bisschen rückwärts fahren. Da haben wir immer, Gott sei Dank, Timmy als unseren, wow, als unseren guten alten Airbag. So, was ist das da für ein Zeichen? Was ist hier los? Wow. Okay. Nein, bitte töne mich nicht. Nein! Und dann... Oh, Alter, das geht ja noch richtig weit. Heide Witzker. Oh, oh. Okay, hoch hier. Dann einmal eine schmagotastische Drehung und dazu der traumhafte Backflip. So, naja, jetzt hoch hier. Irgendwie zerreißt es da immer unseren Sohn. Das ist natürlich nicht so. Wow. Und dann, oh crap, die habe ich gar nicht gesehen. Oh, oh. Ich glaube, das wird uns noch zum Verhängnis. Okay, dass wir keine Beine mehr hatten, war jetzt nicht mehr ganz so das große Problem. Das große Problem war, äh, ein fricken fetter Baumstamm, der uns da weggehobelt hat. So. Das war eine sehr, sehr schöne Landung. Und zersplasht unser Sohn wieder. Yep. Den zerhackt es. So, komm, vorsichtig, nicht auf die Minen. und hier jetzt auch richtig drehen. Perfekt. Und bitte töten mich nicht. Bitte, 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 bitte. Jawohl, auch abgewehrt. Na, komm. Oh, haben wir da gerade Glück gehabt. Alter Schwede. So, jetzt einfach nur hier rüber. Okay, jetzt können uns wahrscheinlich nur noch die Jets töten. Bitte tut es nicht, Jets. Jawohl. Da ist er doch. Der gute, alte Victory. Und, ja, auf jeden Fall vlogge ich über 15 Minuten die heutige Folge. Das ist noch traumhaft. Und in diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lässt einen kleinen Daumen nach oben da. Und ansonsten wünsche ich euch allen noch einen angenehmen Tag. Und würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Zu einer weiteren Folge. Happy We Los. Ciao, ciao.